Stell dir vor, du kaufst dir eine Überwachungskamera mit Cloud-Funktion, damit die Aufnahmen bequem über die Cloud auf deinem Handy und auf anderen Geräten immer verfügbar sind. Du bist zum Beispiel ein besorgter Elternteil und stellst sie im Kinderzimmer, Wohnzimmer oder an anderen sensiblen Orten auf. Bedenken hast du keine, weil der Hersteller relativ bekannt ist und verspricht, dass alles sicher sei. Doch all das stimmt gar nicht und anstatt dein Kind zu schützen, hast du es einem großen Risiko überhaupt erst ausgesetzt, Pädophilie. Systematisch werden die Aufnahmen oder sogar Zugänge zu den Kameras erfasst und illegal weiterverkauft. Das ist längst nicht mehr nur eine hypothetische Warnung, wie sie passieren könnte. Der aktuellste Fall ereignete sich Mitte 2023 und wurde durch eine investigative Recherche von IPVM überhaupt erst entdeckt und öffentlich bekannt. Sie stießen auf ein professionelles Netzwerk, das die HIC Connect App von HIC Vision nutzte. Damit sollen Käufer der Kameras in Echtzeit über die Cloud des Herstellers auf ihre Überwachungskameras zugreifen können. Getreu dem Motto Digitalisierung first, bedenken second, hat der Hersteller jedoch seine öffentliche Cloud offenbar völlig unzureichend geschützt. Daher konnten auch Unbefugte auf die Überwachungskameras fremder Kunden zugreifen. Die Käufer der Kameras setzen diese ziemlich arglos in verschiedenen sensiblen Bereichen ein, zum Beispiel Kinderzimmer, Familienzimmer, Schlafzimmer, sogar Umkleideräume, Stripclubs und Arztpraxen sind betroffen. Das sind nur Beispiele. Es gab noch zig weitere Fälle, in denen die Kameras Einblicke in durchaus sehr sensible Bereiche gewährten. Aus dieser großen Sicherheitslücke wollten die Täter Profit schlagen, indem sie sich angeschaut haben, was man auf den Kameras jeweils sehen konnte. Das wurde dann als Angebot offeriert, zum Beispiel eine Kamera, wo man ein Kinderzimmer beobachten konnte, ein Wohnzimmer, eine Umkleidekabine und so weiter. Für die Zahlung von 3 bis 6 US-Dollern wurde jedem gezeigt, wie man auf die gehackten Kameras zugreifen kann. Dafür nutzten sie Telegram-Kanäle, von denen es mindestens 7 verschiedene gab. Diese hatten jeweils eine Reichweite von mehreren 100 bis zu 7000 Abonnenten. Telegram hat hier zügig reagiert und die Kanäle kurz nach Bekanntwerden geschlossen. Das ist löblich, aber löst natürlich die Wurzel des Problems nicht. Die liegt darin, dass der Hersteller der Kameras seine Cloud nicht richtig gesichert hat und deswegen Unbefugte auf diese Aufnahmen weiterhin zugreifen können. Der Kamerahersteller Hick Vision hat anlässlich dieses Vorfalls einen Brief an seine Partner geschrieben. Darin greifen sie aber eher den Journalisten als Boten an und scheinen weniger an einer Lösung des Sicherheitsproblemes, über das er ja berichtet, interessiert zu sein. So wird zum Beispiel den Journalisten von IPVM vorgeworfen, dass sie auf Kosten gefährdeter Kinder profitieren möchten. Sie liefern dafür keine Beweise und ich kann auch keine erkennen. Der Journalist hat den Hersteller informiert und auch angegeben, dass er das FBI informiert, bevor der Artikel veröffentlicht wird. Hick Vision sagt dagegen, angesichts von moralischen Verwerfungen und des rechtlichen Risikos werde man die Vorwürfe gar nicht erst versuchen zu prüfen. Dass die Schwachstelle ja in ihrem System liegt, das erwähnen sie nicht und hier nichts zu tun hilft den betroffenen Kunden natürlich ebenso wenig. Auf der Webseite von Hick Vision sieht das schon ganz anders aus. Da rühmt man sich damit, Teil einer Vision zu sein, um die Sicherheit zu erhöhen. Doch diese Vision scheint nicht erst nach dem aktuellen Skandal in weiter Ferne zu liegen. Schon 2021 entdeckte ein Sicherheitsforscher eine schwere Schwachstelle mit einem CVSS-Score von 9,8 von 10, mit der man Vollzugriff, also Route-Rechte, auf das Betriebssystem von den Sicherheitskameras bekam. Noch dazu konnte man diese Schwachstelle ohne Anmeldung ausnutzen. Das heißt, sobald die Werbhoferfläche von der Kamera für den Angreifer erreichbar war, konnte man sie komplett kapern. Ironischerweise hatte damit ein Angreifer mehr Rechte als der Besitzer der Kamera. Für den schränkt nämlich der Hersteller die möglichen Funktionalitäten ein. Das ist ein ziemlicher Totalschaden, der Angreifer konnte nicht nur auf die Aufnahmen jederzeit zugreifen oder sie manipulieren, sondern auch auf das Gerät selber, das heißt zum Beispiel ein Botnetz aufsetzen oder sonstige illegale Aktivitäten durchführen, die dem Betreiber der Kamera am Schluss zur Last gelegt werden können. Doch damit nicht genug, diese Schwachstelle betraf über 80 verschiedene Kameramodelle des gleichen Herstellers. Mindestens Teile davon sind seit 2016 verwundbar, das heißt zum Zeitpunkt des Fundes hatte 5 Jahre. Selbst ein Jahr später fanden Sicherheitsforscher noch über 80.000 verwundbare Kameras des Herstellers. Das zeigt, um welche Dimension es hier geht. Von einem Marktforschungsunternehmen wurde Hikvision sieben Jahre in Folge jeweils als Nummer 1 Unternehmen der Branche der Videoüberwachung eingestuft. Mit über 34.000 Angestellten in über 150 Ländern und einem weltweiten Marktanteil von 22,6%, also überhaupt kein kleines Unternehmen. Die Fälle von Hikvision haben jeweils ein biblisches Ausmaß, aber es sind nicht die ersten bekannten Missbrauchsfälle von Videoüberwachung. 2021 wurde ein Brite verhaftet, nachdem er sich unbefugten Zugriff auf die Kameras von mehr als 70 Familien weltweit, unter anderem aus Brasilien, den USA, Großbritannien und Kanada, verschaffte. Dadurch hatte er über 1.000 Bilder und 1.000 Videos von nackten Kindern erhalten. Sie wurden entweder für Geld verkauft oder gegen andere Aufnahmen von den, in Anführungsstrichen, Kunden getauscht. Soweit bekannt, wurden hierbei nicht gezielt die Kameras eines einzelnen Herstellers angegriffen, dennoch haben entweder der Hersteller von den Kameras oder die Käufer durch schwere Sicherheitsmängel diesen Missbrauch ermöglicht. In einem anderen Fall gab der Techniker eines großen Unternehmens für Sicherheit, Brandschutz und weitere Schutzmaßnahmen zu, unbefugt über 9.600 Mal auf etwa 200 Kundenkonten unbefugt zugegriffen zu haben. Beim Installieren der Kameras merkte sich der Täter, in welchem Haus attraktive Frauen wohnen, und richtete sich bei seiner Arbeit heimlich eine Hintertür für sich selbst ein. Dank Fernzugang beobachtet er diese dann später nackt und im Bett. Vor allem die ersten beiden Fälle zeigen, dass proprietäre IoT-Geräte seit Jahren ein Sicherheitsrisiko darstellen können, vor allem wenn diese auch noch an die Cloud des Herstellers angebunden sind. Für die gibt es nämlich keinen Grund, in Sicherheit zu investieren. Ja, im Gegenteil, das kostet Zeit und Geld, viele Kunden möchten es aber eher schnell und billig. Leider betrifft das oft auch unbeteiligte Dritte, teilweise sogar die schwächsten in unserer Gesellschaft. Ich halte es daher für absolut nicht empfehlenswert, auf solche Blackbox-Systeme zu setzen, wo man keinen Einblick und keine Kontrolle darüber hat, was dort passiert. Zumindest in allen Bereichen, die irgendwo sensibel sind, sollte sowas tabu sein. Was denkt ihr? Schreibt es gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.